Das beste Mobility Workout. Egal ob du einfach beweglicher werden willst, ein Athlet bist oder Rückenschmerzen in den Griff bekommen willst. Das Ganze könnte gleich etwas lustig aussehen, da ich persönlich der größte Stock überhaupt bin. Sprich, ich glaube ich bin der unbeweglichste Mensch auf diesem Planeten. Das ist für dieses Video aber völlig egal. Tu mir nur bitte einen Gefallen. Falls dir dieses Workout helfen sollte, dann lass dieses Video immer laufen, wenn du dieses Workout durchziehst. Das würde mich wirklich brutal unterstützen und das weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen. Jetzt lass uns aber direkt rein starten und wir fangen von unten nach oben hin an. So, ich stelle kurz meinen Timer ein. Jede Übung machen wir 30 Sekunden lang, ohne Pause durch. Insgesamt sind es 20 Durchgänge, die wir machen für je 30 Sekunden. Ich starte den Timer, 10 Sekunden Vorbereitungszeit. Da habe ich mir die Übung aufgeschrieben, damit ich es nicht komplett vergesse. 20 Übungen im Kopf zu behalten bei einem Video, relativ schwierig. Deswegen, lass uns direkt rein starten. In 10 Sekunden geht's los. Wir fangen an mit dem rechten Sprunggelenk. Also wir stellen unseren Fuß einfach auf 10 Spitzen und dann kreisen wir einfach schön unseren Fuß, unser Sprunggelenk. Das Ganze machen wir für 30 Sekunden ohne Pause nach links, nach rechts drehen. Einfach so, dass wir unser Sprunggelenk ein bisschen aufwärmen. Und ich würde euch empfehlen, zieht euch eine kurze Hose an oder eine Hose, die elastisch ist, damit da keine Löcher, keine Risse entstehen. Drei Sekunden sind um. Jetzt anderer Fuß. Einfach schön kreisen, damit euer Sprunggelenk schön warm wird, damit wir da schön Belastung draufpacken können. Links, rechts, Seite wechseln. Und danach geht's gleich weiter mit unseren Waden. Und dafür gehen wir einfach auf alle vier nach vorne. Und dann haben wir das Bein leicht geknickt und drücken unser Knie nach vorne. Nicht komplett durchgestreckt, das machen wir gleich, sondern leicht geknickt. Und einfach den Fuß komplett auf den Boden lassen und nach vorne. Da solltet ihr hier hinten auf eurer Wade schön lehnen und spüren. Das halten wir jetzt 30 Sekunden lang. Und das Ganze machen wir auch mit der anderen Seite ganz genauso. Bein leicht geknickt, leicht gebeugt. Und dann einfach schön Knie nach vorne, das Bein nach vorne, dass ihr auf eurer unteren Wade schön Dehnung spürt. Jetzt wieder das andere Bein. Und dieses Mal ohne die Beugung, sondern das Bein komplett durchgestreckt. Wieder das Gleiche einfach nach vorne gehen und schön den Fuß am Boden behalten. Bein komplett durchgestreckt. Hier spürt ihr mehr die obere Wade. Also das Ganze auch für 30 Sekunden einfach halten. Bein wechseln, das Gleiche wieder, nur mit dem anderen Bein. Damit wir schön die Wade lockern. Jetzt gehen wir auf alle Viere, beziehungsweise wir gehen auf unsere Knie, haben unsere Füße komplett durchgestreckt, unsere Beine auch und lasst uns dann einfach nach hinten fallen. Hier sollten wir eigentlich überall Dehnung spüren. Aber vor allem hier im Schienbeinmuskel, unten an unseren Sprunggelenken, hier auf unseren Oberschenkeln sollten wir überall Dehnung spüren. Das Ganze auch einfach wieder schön halten. Und jetzt gehen wir mit einem Fuß nach vorne, hier schön nach vorne drücken. Für die etwas fortgeschritteneren, haltet euch irgendwo fest. Und dann fasst noch hinten euer Sprunggelenk an, sodass ihr hier schön maximale Dehnung in eurem Hüftbeuge, aber auch in eurem Oberschenkel spürt. Das für die fortgeschritteneren, wie gesagt, ich bin beweglich wie ein Stock. Aber wir wechseln die Seite, auch wieder hier ein Bein nach vorne, hier schön nach vorne drücken, damit wir hier schön Dehnung spüren. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr hinten euer Bein noch hoch machen, damit ihr hier maximale Dehnung spürt. Dafür müsst ihr aber beweglich genug sein und da müsst ihr auch genug Körperkontrolle haben. Aber so halten wir das Ganze für 30 Sekunden. Und dann geht es weiter mit dem hinteren Oberschenkel. Wir bleiben einfach in der Position. Bein machen wir gerade und beugen uns dann, wir sind hier auf unserer Ferse, und beugen uns dann einfach nach vorne. Das spürt ihr jetzt hier einmal komplett in eurem Bein, schön die Dehnung. Und das Ganze halten wir einfach. Wir wechseln das Bein, andere Seite. Und was die Dehnung angeht, seid in einem Schmerz, den ihr aushalten könnt. Das Ganze soll nicht so weh tun, dass ihr es fast nicht ertragen könnt, sondern immer ein angenehmer Schmerz, sage ich mal. Jetzt stellen wir uns hin und gehen hier unsere Adduptoren, unsere Leiste, indem wir einfach hier schön zu einer Seite gehen und halten das Ganze. Jetzt solltet ihr hier auf der Innenseite von eurem Oberschenkel bis hoch, hier solltet ihr schön Dehnung spüren. Das Ganze einfach schön halten für 30 Sekunden, 10 Sekunden noch. Und dann machen wir genau das Gleiche, nur in die andere Richtung, bleiben so, gehen einfach hier schön auf die Seite, dass wir auch hier schön die Dehnung spüren. Und gleich geht es weiter mit meiner Lieblingsübung. Seid gespannt. Dafür setzen wir uns auf den Boden, machen die Beine so weit auseinander, wie wir können, haben den Rücken gerade und beugen uns dann einfach nach vorne. Da spüren ihr es dann auch hier komplett in eurem Bein, schön die Dehnung, schön spüren, schön halten. Geht so weit nach vorne, wie ihr könnt, dass der Schmerz noch auszuhalten ist. Jetzt eine Übung, die mir persönlich immer sehr wehtut, das Bein schön anwinkeln. Hier drehen wir uns nahe hin, haben das Bein gerade und dann legen wir uns einfach hin. Das ist für unseren Gluteus, Meliuster, Schwitte hinten in eurer Po-Muskulatur. Geht hier so weit runter, wie ihr könnt. Manche schaffen es, das Bein komplett ausgestreckt zu haben. Ich persönlich nicht, weil, wie gesagt, ich ein Stock bin. Aber so sieht das Ganze aus. Wir wechseln die Seite. Schön peifen. Jetzt legen wir uns hin, wir legen uns auf den Rücken, ziehen ein Bein parallel an und dann legen wir das andere Bein davor und ziehen hier zu uns hin. Da merkt ihr es hier einmal komplett. Also schön das Bein hier, was ihr anwinkelt, auf das Knie hier oben legen, auf die Oberschenkel und hier hinten einfach zu euch hinziehen. Und das Ganze schön halten. Das Ganze machen wir gleich auch mit der anderen Seite. Also einfach die Seiten tauschen, hier hinter euren Oberschenkel fassen und zu euch hinziehen. Da schwirkt ihr es auch wieder hier in den Po und das Ganze einfach schön, schön halten. Und jetzt haben wir gleich noch zwei Übungen, die wir durchziehen und dann sind wir auch schon durch. Für die nächste Übung setzen wir uns einfach hin, Beine ausgestreckt, Oberkörper ausgestreckt und dann schön hier zu den Füßen, dass der Rücken gerade ist. Es muss nicht sein, habt den leicht gewölbt, damit ihr schön eure ganze Rückseite hier einmal komplett dehnt und dann so weit mit euren Händen zu euren Füßen, wie möglich. Und dann gleich die letzte Übung auch sehr, sehr schön. Dafür legen wir uns einfach auf den Bauch und drücken jetzt, also wir halten so und drücken einfach unsere Hüfte, unser Becken in den Boden. Also quasi wie eine Cobra, so dass ihr einmal schön eure komplette Vorderseite dehnt und das Ganze einfach schön halten. Hier solltet ihr die Dehnung vor allem im Bauch spüren. Einfach schön 30 Sekunden dann halten. So, das war es mit dem Workout. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Falls ja, lass mir gerne ein Abo da, lass mir auch ein Like da, um meine Arbeit ein kleines bisschen zu supporten. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn du deinen Körper transformieren willst, schau einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da habe ich dir ein kleines Geschenk verlinkt. Und falls du Video wünsche oder irgendwelche Fragen hast, einfach ab in die Kommentare damit. Ansonsten bin ich mir relativ sicher, dass dir dieses Video hier weiterhelfen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.